Williams Super dazwischen gegangen Da trennt er ihn vom Ball Schießt er ihn rein Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen Auch in dieser Szene sieht der Torhüter nicht gut aus Buschi Das hatte sich abgezeichnet Er war bisher nicht gut im Spiel Diese Unsicherheit muss er schleunigst abstellen Jetzt können wir gespannt sein Was hier noch passiert Aktueller Spielstand 4 zu 2